herzlich willkommen zur zweiten folge von mycroft sky wars ja ich habe ja mal eine folge hochgeladen und seitdem nie wieder skywars gespielt und ja jetzt ist es soweit mycroft skywars ist wieder am start so wir suchen uns jetzt hier natürlich erstmal so ein bisschen aus kohls und kittraus 9 kultus und kohlen da nimmt aus in das durch wie das noch mal aus das auch richtig noch mal aktiviert und dann starten wir rein da in die Runde Minecraft Skywars. Oh, wir haben, okay, geil, Diasword und direkt als Backup schon mal ein Dingens. Oh, hier auch nochmal. Oh, das ist natürlich jetzt geil, dass wir jetzt ein Lava, das ist ein Steinschwert, das ist ein Diaschwert, das ist das für eins. Auch in ein Steinschwert. Okay, das nehmen wir rein, das nehmen wir rein, äh, das Ding nehmen wir rein, die nehmen wir rein, so, gut, dann sind wir da an sich schon mal ausgerissen, ich glaube, oh, doch, wir haben ja Eisen, aber ich glaube, nur einen, ne, ne, zweimal haben wir, oh, dreimal, perfekt. Ja, wir haben ja irgendwie, ich habe aber kein Holz, das bringt mir aber überhaupt nichts. Ah, die Kohle ist ja auch abgeändert. Äh, ja gut, das bringt, Ah, hier ist noch nichts, ah, ich habe nicht ein Holz, äh, Gold, Steinschwert, Wassereimer, Safe, wichtig, wichtig und richtig, und da mache ich mir gleich das Diaschwert, pff, schrecken, schon nicht so. Ah, die Sticks sind ja auch irgendwas. Ah, warte mal, ich hab doch schon. Ah, ne, warte mal, ich brauche, ich brauche einen Eisen-Spitz, aber ich hab, oh mein Gott, Digga, mhm, how lost, wie lost wird zu sein, ja, egal, ich baue ja, komm mal, alles hat ein Erz ab, das war's aber, glaube ich, schon, ja, das war schon. Ich weiß, ich baue jetzt gerade mit der Eisen-Spitzer jetzt Holz ab, interessiert mich jetzt aber nicht. Ich brauche nämlich das Holz. Ich bin jetzt zu faul, mir eine Axt zu machen, hab ich jetzt gar keinen Bock drauf. So, 45 Sekunden ist alles hier wieder aufgefüllt. Das Problem ist, ich hab ein Diaschwert und das bringt mir jetzt nichts. Oh, 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 okay. Gut, dass ich da nochmal hintergeguckt hab. Stark, wir haben Diaschwert. So, dann haben wir zwei Diaschwerter im Backup. So, so, Moment, jetzt muss ich kurz sortieren, das brauche ich nicht. Ich hatte, brr, ich hatte sogar eine Axt. Oh mein Gott, Digga, bin ich eigentlich lost, Alter? Ich schätze mal den Lava-Eimer, werde ich gar nicht abusen. Jetzt gönne ich mir erst mal die Dinger. Jetzt habe ich mir erst mal die Dinger. Das Ding brauche ich nicht, das Ding brauche ich auch nicht, Wasser-Eimer werde ich auch nicht brauchen. Let's go, was ist da drin? Eisenhelm ist sehr schön. Eisenhelm, sehr geil. Nochmal Eisenhosen, nice. Nochmal Holz und nochmal Erfahrung. Was ist hier drin? Oh, sogar Boots und goldene Apfel, nice. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön, sehr, schön, sehr, schön, sehr, schön. Sehr schön, so. Alter, diese Maus, ne? So, jetzt kommen wir, wir können uns nochmal die Level, einfach so. Verbrennung 2 hat da Schwert, Alter, Junge. Das ist halt echt OP. Regeneration, ah, das ist ein, oh, das ist ein guter, das ist ein guter Potion. Scheiße, ich scheiß auf die Schneebälle, ganz ehrlich. Ähm, warte, wo könnte der sein? Der könnte halt bei sich chillen, oder halt irgendwo anders. Ich würde sonst erstmal zu einer anderen Base-Royce bauen. Wenn ich jetzt runterfalle, ne? Wird das so peinlich, ey. No joke. Das wäre so peinlich. Wie greifen wir uns hier mal was ab? Ja, braucht man nicht. Oh, ja, doch. Komplette Eisenrüstung. Ja, moin, ich hab gewonnen. Ja, moin. Ja, moin. Hä? Okay, let's go. Ab in die, wohl, doch, ab in die nächste Runde. Let's go. Einfach mal ab in die nächste Runde, hier würde ich sagen. So, ich schau nochmal hier, der Diamanthelm. Hä? Iron, hey, let's go. Ja, komm, ich nehme nochmal das Gestert und das war voll gut, eigentlich. Das Gestert, das war eigentlich voll gut. Ich hab an sich gut das davor bekommen von daher. Oh, direkt zwei Gäuble, der Äpfelalter, die Jungen. Zack, 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 Pfeile da oben hin, Bogen, Splash Potion, da, oh, schön, 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 zack, 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 brauchen wir jetzt nicht mal mehr die Dingens hier, oh, so wird direkt Holz, geil, jill, so, und direkt mich, die Erschwörter, zack, weg mit dem Goldschwert, glückte da rein, zack, dann können wir hier noch gucken, schnäbeln, nämlich mal vorsichtshalber mit, die Axt nämlich mal vorsichtshalber mit, und zweitenswert auch, das ist hier noch irgendwas drin, Steinschwert, oh, Steinschwert mit Schärfen, nämlich mal auch noch vorsichtshalber mit, angeln, brauche ich nicht, aber das Holz nehmen wir mit, also da war sogar Holz drin in der Kiste, ja, moin, so sind nur noch fünf Leute da, ich könnte jetzt theoretisch mal in die Offensive gehen, und komm, wir gehen als LR ist es mal in die Mitte, das ist wahrscheinlich jetzt so selten dämlich die Idee, aber, okay, Räderhose ist einfach grün, okay, die Cheater da unten, ich hoffe, die wird mal die Dias stellen, nö, na moin, egal, ich glaube mir mal die Dias, dass hier irgendeine Idee kommt, die zu nehmen, ich kann mal sonst noch gucken, ja gut, Schneewelle brauche ich nicht, oh, die Pfeile nehme ich aber sehr gerne mit, oh, die XP bräuchte es nämlich noch mit, haben wir noch mal ein bisschen Level, oh, da hinten ist einer, da hinten ist einer, ich warte mal ehrlich gesagt kurz, ich warte hier noch mal kurz, ich warte bis die Kisten reloaded sind, oder refilled sind, damit ich vielleicht noch mal einen guten Staff rausbekommen, oh mein Gott, digga, ich hab grad schon runterfallen, oh nein, bitte nicht, bitte nicht, geil, er ist weg, ich hab gewonnen, GG's, oh mein Gott, digga, einfach beide Runden gewonnen und in der einen habe ich einfach gar nichts gemacht, in der einen Runde einfach gewonnen, obwohl ich nichts gemacht hab, chillig, Leute, wenn euch diese Folge hier gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr das mit einem Like oder einem Abo bewertet, oder beiden geht auch und ja, ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal und tschüssi!